Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache es kurz. Ich kann die Kollegin Helma Kunt-Theis in ihren Ausführungen absolut nur bestätigen, bekräftigen, wenn jemand an der Seite unserer Polizei im Saarland steht, dann sind es wir, die große Koalition, die Landesregierung. Wir tun an ganz vielen Stellen ganz viel, um das auch immer wieder zum Ausdruck zu bringen. Und Herr Kollege Lander, ich habe mir einige Worte von Ihnen ganz genau notiert und deswegen muss ich das hier auch noch mal aufs Tablett bringen. Sie haben sozusagen gesagt oder haben verglichen, die Gewalt gegen Polizeibeamte mit der Gewalt, die im Einzelfall von Polizeibeamten ausgeht. Sie haben gesagt, dass diese Gewalt, die wie gesagt im Einzelfall, das ist ein wichtiger Punkt, von Beamten dann auch mal ausgehen kann, mindestens genauso übel sei wie Gewalt gegen Polizeibeamte. Was hat der Kollege Lander damit getan? Er hat also einen Einzelfall, wo Beamtinnen und Beamte wirklich in einer Stresssituation sind, in einer Drucksituation und möglicherweise im Einzelfall übers Ziel hinausschießen, verglichen mit einem Angriff auf Leib und Leben von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Das ist eine ganz andere Dimension und insoweit sind Ihre Ausführungen definitiv in aller Deutlichkeit zurückzuweisen, meine Damen und Herren. Das ist wirklich auch nicht lustig, Herr Kollege Lander, da kann man wirklich nur die Augen verdrehen und den Kopf schütteln, denn unterm Strich machen Sie Folgendes. Sie versuchen, linksextreme Gewalt, linksautonome Gewalt salonfähig zu machen, diese zu beschwichtigen, dabei, wie gesagt, hier wird mit Steinen auf Beamtinnen und Beamten geworfen und die Kollegin Hämmer-Kundtheiß hat es ausgeführt. Diese Beamte versuchen, Recht und Ordnung in unserem Land sicherzustellen. Das wollte ich in aller Klarheit noch einmal gesagt haben. Unser Dank gilt den Beamtinnen und Beamten, die wirklich jeden Tag einen hervorragenden Job in diesem Land für uns alle leisten. Sie haben unsere Solidarität und vielleicht wird es Ihnen auch mal gut zu Gesicht stehen, diese Solidaritätsschleife zu tragen. Danke.